Untertitelung des ZDF für funk, 2017 50 Punkte von meiner nächsten Punkteserie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr gut, sehr gut Ja, 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 Momo, komm, 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 skrupellos Wie konnte, wie konnte, hallo Team, jetzt zerstört sie, hallo Hallo, wo sind die Team, jetzt die Geiern, was da los, da los Wo sind die Team, jetzt die Geiern Okay, da kommt einer von ganz rechts, das habe ich jetzt gehört gerade Ich habe gehört, wie einer da gesprungen ist, wie ein Opfer 52 vor dem nächsten Geist, oder? Ich darf jetzt nicht sterben, konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich Boah, flasht mich nicht so arg, Teammates, oder? Bitte, lasst mir die Kieße, ihr habt sie nicht nötig, ihr seid jetzt eh alle No-Handsider Ich könnte sie in die Playstation verkaufen gehen Servus, servus, Leute Vielleicht sieht ihr gleich ein Live-Druck leer, ich hoffe es zumindest Wenn die jetzt nicht Und nachgiebig, Leute, das jetzt Was? Leute, 10 Euro aus mich der Zerbo aus holt 10 Euro aus mich der Zerbo aus holt Wetten jetzt, bei mir Ich kann jetzt gerade überhaupt nicht in den Chat schauen Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie der mich, wie der Tryharden tut, der Wichser? Der Wollt mich so richtig, dieser Pisser Vier Kills, Leute, vier Kills, das geht sich aus Das geht sich easy going aus Ich schieße nicht Das war ein Gegner, ich schieße einfach nicht Die Team jetzt fladen mir zu viele Kills auf einmal Fangen wir da noch Wir fragen, wer da noch Webs gedrückt hat, sehe ich Oder? Das sind doch nicht immer meine Webs Leute, da kommt Drei Kills, die haben die Nukleare, Leute Drei Scheiß Kills, da habe ich die Nukleare, da kommt Fuck, hoffe ich, die drei Kills jetzt nicht bekomme An Rass, ich schau richtig aus, Junge Scheiße, Mann, der hat mich gerade ge... Der hat mich gerade ge... Boah Leute, wo sind die Gegner, Leute, wo sind die Gegner, Leute, wo sind die Gegner, wo sind die Weg? Schau, irgendeiner drückt noch Webs Leute, ich sehe die Gegner einfach nicht, Leute, ich scheiße mir gerade in die Hosen, mir fehlen drei Kills und ich habe die scheiß Nukleare Bist du... Nukleare, Mann, jawoll! So geht das! Jawoll! Weil der Erste du klar seid, der DLS hier, oder?